Erlebe das große Rundschau-Wimmel-Abenteuer mit der Sonderbeilage der Lausitzer Rundschau und deinem Smartphone. In der 75 Jahre Beilage der Lausitzer Rundschau findest du auf Seite 48 und 49 das große Rundschau-Wimmel-Bild. Auf diesem über 60 x 40 cm großen Bild befinden sich mehr als 200 Figuren, über 90 witzige Geschichten und ein großes Abenteuer. Um die Geschichten im Bild zu erkunden, nimm dein Smartphone in die Hand und besuche die Seite lr-online.de slash wimmelbild. Im Abenteuer-Modus begleitest du Lena. Lena hat auf ein unseriöses Werbemittel geklickt und wurde durch ihr Smartphone in die Wimmelbild-Welt gezogen. Da sie dringende Termine hat, möchte sie aber schnell wieder nach Hause. Aber wie? Finde es heraus im Abenteuer-Modus. Im Entdecker-Modus kannst du das Wimmelbild frei erkunden. Hier findest du spannende Einblicke in das Medienhaus der Lausitzer Rundschau, bekannte Lausitzer Gesichter und spannende Geschichten. Du möchtest das Wimmelbild erkunden, aber hast leider keine gedruckte Version zur Hand? Dann besuche mit deinem PC die Seite lr-online.de slash wimmelbild. Hier kannst du das Wimmelbild auch rein digital erleben. Doch egal wie und wo du das Wimmelbild erkundest, wir wünschen dir viel Spaß dabei.